Musik Guck nochmal schnell, hier unten wäre alles so mitfährt, man weiß ja nie, ne? Guck mal hier, die Blondine winkt, aber auch aufgeregt. Den kennst du, den rotaarigen Maune an Bord. Damals hat man Menschen mit roten Haaren verbrannt. Da dachte man, das wären Hexen gewesen. Heutzutage weiß man allerdings, dass es die Blondinen sind. Da dachte ich, wenn ihr die Fingernägel extra lachtiert. Hör mal, ihr habt euch aber auch ausgebrät. Ich schmeiß mal schnell die Massagesitz an. Das bräuchte ein bisschen, ne? Massage, Massage. Im Rücken. Ich weiß, wie lange da befügt. Hey, das ist ja gut! Ja, die ist ja gut! Das ist eine große Herausforderung. Ja ja, der Letzter ist auf der Höhe los. Kaffee ist süßig. Kannst du das bleiben? Ja ja. Ja. Ja, dass es jetzt auf einmal anfängt zu regnen oder der Schneesturm bricht aus. Kommt eine wunde Macarena. Aber ich höre mal, was soll ich das nicht machen? Ja. 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 Ja.